Kriminalkoeffizient 340, Vollstreckungsmodus, Githel Eliminator. Visieren Sie das Ziel sorgfältig an und eliminieren Sie es. Sie sind Vollstrecker Tepe Sugo-san, richtig? Shimizuki! Wir sollen Yasaka zurückschicken? Sag meiner Frau, sei stark und lebe weiter. Dieser Fall ist mein Fall. Warum unterstützt du ein solches Verbrechen? Und warum schwingst du Reden von Gerechtigkeit? Der Sonderverwaltungsbezirk Sanctuary. Diejenigen, die diese Einrichtung hier leiten, unterziehen sie einer Gehirngaste. Das ist der vermisste Angehörige der nationalen Streitkräfte Itsuki Otomo. Otomo ist in Heldentod gestorben. Die Operation Footstand. Was ist dort damals eigentlich passiert? Ich glaube nämlich nicht, dass Rache es wert ist, sein Leben zu wissen. Kogami, du hast dich in Japan gerecht, nicht wahr? Wenn ich jetzt zurückweiche, verliere ich meinen Ruf als Niga Shimutsuki, das Arzt der Kriminalabteilung. Das also ist Otomo-sans Versicherung. Man zieht einfach nur, dass Nobutschika glücklich wird. Hat man erstmal geschossen, ist man nie mehr, wer der Mann war.